So, hallo meine Lieben, Freunde. Wir sehen uns mal wieder. Ich fahre mit dem alten RS4 von 2006 und Robin mit dem neuen. Ich fahre mit dem Schlaf 14 Mal aus Bauer. Das ist jetzt blöd, jetzt haben wir keinen Rutsch. Ich fahre mit dem Schlaf 14 Mal aus Bauer. Oh, da sind viele Musiker links. Beide gut. Und da haben wir einen Abflug gemacht. Ja, ich dränge mehr aus, habe ich das Gefühl mit der Erneuerung. Und da haben wir einen Abflug gemacht. 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 So, wir fliegen im real life über die meisten Leute, weiß ich nicht. Aber da gibt es nochmal so eine, die geht auch so rechts im Berg zu hoch. Ja, die kommt jetzt davon auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da würde ich mich vorlesen, ne? Boah, wenn die Kiste vorne kein Grid hat, das ist so exakt. Höhere Geschwindigkeiten richten durch das Heck aus und der niedrige untersteuert, ne? Höhere Geschwindigkeiten richten durch das Heck aus und der niedrige untersteuert. Todes die, die Kiste vorne ist und der niedrige untersteuert. Höhere Geschwindigkeiten. Höhere Geschwindigkeiten. Höhere Geschwindigkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020